Willst du mit nach Leipzig? Ja! Kommst du mit nach Leipzig? Ja! Cara ist ein sehr lieber Butler. Ja! Manchmal trifft man Leute in der Bahn, die man kennt. Ich kenn die da irgendwo. Seid ihr motiviert, dass wir da sind? Nein. Ich bin 100 Meter. Wieso liegt der Schnee? Wie geht's? Ich seh gar nichts, ich seh nur Kaufmanns. Ich hab ein bisschen noch kaufen gelernt. Ich weine, ich kann nicht mehr. Das Winter ist optimal. Wir können uns besser wieder vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob die Schafenstädte sind. Ist aber egal. Auf jeden Fall sind wir da und wir chillen jetzt eine Runde. Und dann gibt's nachher ein paar eigene Rekorde. Ich hab so lange nicht geblockt, das ist komisch. Das sieht aus wie ein Haus. Hallo, bist du froh hier zu sein? Ja. Gut. Jetzt so, nein, ich will nach Hause. Nein. Ich bin lustig, die um alle anderen zu ärgern. Ich bin lustig, aber es weiß wonder wie ein Haus. Laura! No way! Tschüss! Guten Tag! Willkommen bei der selben Kuppe Therapie für nur einen YouTuber. Wir haben ein Katzenbrot im Angebot heute. Genauso wie die schwarze Flecke an Lisas Lippe. Er ist richtig richtig fest. Rücken Sie uns dabei und schenken Sie uns Ihr Geld. Wir nehmen gerne alles, was Sie haben. Hi! Das wird mein Pop-Mail, okay? Super! Ich will auch immer an den Blog. Oh Gott, das ist das große... Okay! Der Blog wird langweilig, aber jetzt denke ich mir... What the fuck? Es sind ja noch mehr Candys! Du lachst einfach irgendwie so... Es dauert ein bisschen länger, so mit Schmink und so. Aber... Du fühlst dich sexy. Ich fühl mich so... Ich glaube, es ist das Ende von Samstag. Und wir melden uns am Sonntag. Und wir melden uns am Sonntag. Tschüss! Die Parade zieht los zum Sonntag. Gehen wir jetzt Sachen kaufen, Lisa! Gehen wir jetzt Sachen kaufen, ja! Sehen Sie hier einen verzweifelten Menschen auf einer Convention? Hallo! 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 Bitte höre Sie mich! Ich kaufte liebes Merch! Ich kaufte Merch! So! Ich habe jetzt eine Harry Potter Gruppe gefunden! Und einen Wurdersche, den höre ich! Hallo! Hallo! Ja! Ja! Ich fühle mich gerade ziemlich wohl. So, non, non, non! So!